Herzlich willkommen zum Finanzen und Philosophie Podcast, der Podcast für frische Gedanken und neue Denkanstöße. Wir wünschen euch viel Spaß mit Kehl Gerken, Marlon Carstens und Henrik Rentsch. Ja, da sind wir auch schon wieder und heute für euch an den Mikrofonen der Kehl und Henrik. Hallihallo. Lange nicht gehört. Zumindest mich hat man länger nicht gehört. Ja, du hast das ja schlau getimt beim letzten Mal. Erst am Marlon und ich aufgenommen, dann hattest du Urlaub. Das heißt, Marlon und ich haben nochmal aufgenommen. Erst großspurig gesagt, ja komm, wir nehmen mich aus dem Urlaub auf. Ja genau, alles an Technik vorbereitet. Ich habe vier Softwaren runtergeladen, neue Geräte. Den ganzen Arbeitstag hat Henrik dafür investiert und habe ich gesagt, ich habe doch keinen Bock. Nee, komm, lass mal. Okay, Kommando zurück. Das kriegen wir aber nochmal hin von unterwegs, oder? Ja, also ich wäre da schon Fan von, wenn wir das irgendwann mal ausprobieren, wie das dann funktioniert und ob die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Unterschied wahrnehmen. Also ich habe von anderen Podcasts schon gehört, die das mal versucht haben aus dem Hotelzimmer aufzunehmen, die dann zu zweit vor einem Mikro hockten, was auf dem Bett stand, damit der Sound so ein bisschen dumpf ist, so in die Decke reingesprochen und beide sich die Knie quasi kaputt gehockt haben. Das wäre ja ein Rückschritt. Das wäre ja ein Rückschritt, ja. Wir sind ja jetzt nur dabei, Fortschritte zu machen, jede Woche aufs Neue. Wir gucken mal. Wir müssen das dann gut tarnen. Was haben wir heute Spannendes mitgebracht? Wollen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal abholen, dass das heute unsere letzte Folge ist? Natürlich nicht für immer. Der eine oder andere sagt, schade. Ja gut, vielleicht auch das. Nee, ihr bleibt uns, oder wir bleiben euch, so rum, auch in 2022 erhalten. Allerdings werden wir unserem Gehirn einen kurzen Urlaub gönnen. Das könnte gleich auch so die Einleitung sein in das heutige Thema. Und wir werden dann in der ersten Januarwoche dann die nächste Folge raushauen. Das heißt, wir wünschen vorab und am Ende natürlich auch nochmal eine besinnliche Weihnachtszeit. Und alle gesund bleiben. Passt auf euch auf, reduziert eure Kontakte, wenn es geht. Boostert euch und so weiter und so fort. Kauft noch ein paar Geschenke. Es bleibt nicht aus. Es ist wieder mal gefühlt wie immer jetzt, diese guten Wünsche allen mit auf den Weg zu geben. Ja. Weil, ja, die Zeiten sind schon wieder kritisch geworden. Muss man echt sagen, ne? Absolut. Wir haben am 25.12., ich sag's jetzt einfach, Geburtstag, jedes Jahr. Und das ist durch Corona nicht einfacher geworden zu organisieren. Also, wenn man da was unternehmen will, selbst mit Familie schon war das 2020 kritisch. Weil es hieß irgendwie, glaube ich, eigentlich nur so und so viele Personen aus so und so viel Haushalten. Und ich hab halt auch ein paar Geschwister, die wohnen auch nicht mehr zu Hause. Und da darf dann nur ein halber Unkel, aber dafür zwei Geschwister kommen oder so, ne? Ja, genau so, es war Kaukasie gefühlt. Sehr durchdacht. Sehr durchdacht auf jeden Fall. Und dieses Jahr wissen wir ja noch nicht hundertprozentig Stand heute, wie es läuft. Aber mal gucken. Egal wie es läuft, gelten die Glückwünsche oder die Wünsche in die ganze Republik und an alle, die es hören. Lass uns mal direkt reinspringen ins Thema. Kalt ins Wasser rein? Den Köpper quasi. Okay. Wir haben es genannt, der eine oder andere hat es in der Überschrift wahrscheinlich schon gelesen. Bringt euer Gehirn in Sicherheit. Jetzt müssen wir gestehen, das stammt wieder nicht unserer Feder, sondern das haben wir bei Richard David Precht, glaube ich, gemobst. Er hat, der das in einem anderen Zusammenhang, glaube ich, benutzt hat. Aber wir wollen damit heute ein etwas breiteres Thema mal anschauen. Er hat halt das mal wieder richtig schön auf den Punkt gebracht. Etwas, was ich schon unbewusst oder unterbewusst häufig genug versuche zu tun. Ja, jetzt müssen wir auch gleich ein bisschen ausholen, ein bisschen erzählen. Also man kann ja vielleicht auch erstmal denken, bringt euer Gehirn in Sicherheit. Also lest gar nichts mehr, stellt jegliche sozialen Kontakte ein, macht euch das Leben so einfach, wie es nur irgend geht. Das ist damit auch nicht final gemeint. Aber es geht und damit würde ich mal so ein bisschen einsteigen, weil das ist das, was ich meine und womit ich mich auch sehr gut identifizieren kann im Rahmen dieses Zitats. Das kann man schon sagen. Er hat es gesagt, keine Ahnung, ob es zig Leute vorher auch schon gesagt haben. Ich habe einfach nur mich halb tot gelacht, als ich das in dem Podcast gehört habe, weil er das immer so schön präzise beschreiben kann und auch so auf den Punkt bringt mit solchen Aussagen. Bringt euer Gehirn in Sicherheit. Ich meine das jetzt im Hinblick auf zum Beispiel die Informationsflut. Diese Masse an Infos, an News, die einem über das mobile Endgerät, über Fernsehen, über Netflix-Serien, Amazon-Serien. Du sitzt in der U-Bahn und da ist so ein Screen. Genau, einfach zugespielt werden, ja oftmals sogar ohne, dass man das will. Ich habe ja nirgendwo gesagt, ja bitte, mach das mal endlich jetzt. Und ich bin jemand, der da eher mittlerweile sagt, nee, mit mir nicht so einfach. Und ich bringe mein Gehirn da schon immer mal in Sicherheit, um es so auszudrücken, wie in den Titel der Folge, dass ich sage, ich konsumiere da relativ wenig. Wir haben ja zusammen, ich glaube sogar heute festgestellt, dass so ein Handyspeicher nicht so groß ist für die Masse an Fotos und Videos und was man sonst noch so an Datenschrott hat teilweise. Ja, meiner hat nur 32 GB. Ja, aber auch der ist ja dann irgendwann voll und vielleicht kann man das mit dem menschlichen Gehirn so ein bisschen koppeln. Zumindest ist das mein Eindruck hier und da, dass wir mit dieser ganzen Informationsflut unseren Speicher vollladen, sodass dann hier und da die Speicherkapazität fehlt für wichtige andere Sachen. Kann sein, kann eine Konsequenz sein, weil auch die Verarbeitung von so viel Informationsflut ist anstrengend, erzeugt vielleicht auch bei dem einen oder anderen Stress, oft auch negativen Stress. Und dauerhafter Stress verringert die Gehirnleistung. Also es ist wohl auch wissenschaftlich bewiesen. Schöner Spruch wäre, Stress macht dumm. Wobei man klar unterscheiden muss zwischen Gutem und Schlechtem, Eustress und Distress. Genau, da muss man wahrscheinlich nochmal sehr detailliert auf das Thema Stress eingehen, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe ein Buch angefangen, ich würde mich jetzt noch nicht trauen, eine komplette Zusammenfassung hier wieder zu geben. Das nehme ich mir aber vor in unserer Podcast-Auszeit. Und zwar von dem Herrn Harari. Der hat das Buch geschrieben, 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert. Das habe ich noch auf dem Nachttisch liegen. Der hat auch ein anderes Buch geschrieben, wo ich zumindest so einen Satz nochmal verlieren wollte. Und zwar vom Homo sapiens zum Homo deus. Also die Weiterentwicklung des heutigen Menschens mit KI, also mit künstlicher Intelligenz, mit Google als verlängertem Gehirn. Wir müssen uns nichts mehr merken, wir können es ja googeln. Also der heutige Mensch ist ja in Summe seiner ganzen Tools viel leistungsfähiger als der Mensch vor 2000 Jahren. Das haben wir ja auch schon mal in einem Podcast ein bisschen behandelt. Muss ich eigentlich noch was wissen? Muss ich noch wissen, wo es steht oder wo ich es finde? Oder kann ich einfach alles schneller ergoogeln und bin dann für den Moment schlau genug, als dass ich so viel unnützes Wissen ja manchmal auch einfach die ganze Zeit als Ballast in meinem Gehirn mit mir rumtrage. Gerade Nachrichten, also News, keine Ahnung, nimmst irgendeine Zeitung oder irgendein Online-Medium. Es sind ja in der Regel schlechte Nachrichten. Also ich habe eine App, die… Bad News are good news. Ja. Die verkaufen sich traditionell eben einfach leider am besten. Wir haben da auch schon mal öfter drüber gesprochen. Ich glaube, du hast die App auch. Es gibt eine App, die heißt Good News. Wenn man die aufmacht, dann stehen da tatsächlich nur sechs oder acht Meldungen pro Woche drin. Was glaube ich leider nicht heißt, dass die da zu langsam arbeiten, sondern die müssen das echt suchen. Also du musst die guten Nachrichten auf dieser Welt wirklich suchen. Das stimmt. Ich habe die auf Instagram, glaube ich, damals abonniert. Aber das war so, täglich haben die da etwas gepostet, glaube ich. Das kommt ja so hin mit sieben Tagen die Woche. Jeden Tag eine Good News. Und ich muss sagen, ich habe das eine Zeit lang wirklich auch verfolgt, weil da war auch immer etwas Spezielles dabei. Und wo du halt einfach weißt, wenn du die normalen Medien aufschlägst oder nur hier zur Seite swaps beim iPhone oder so, das steht da nicht. Das steht da einfach nicht. Weil es sich halt nicht so gut verkauft und jeder, der sich vielleicht mit dem Thema Clickbait-Journalismus mal beschäftigt hat in der heutigen Zeit. Also es gibt Journalisten, die nur 20 Minuten Zeit haben, einen mehr oder weniger inhaltsvollen Artikel zu verfassen, der dann auch noch eine reißerische Überschrift hat, der möglichst viele Klicks erzeugen muss, damit die halt entsprechende Gelder verdienen mit ihrer Zeitschrift. Also Good News wäre mal so ein Tipp. Ich lese mal nur von heute zwei Überschriften vor. Barbados will bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Dänemark will Millionen von europäischen Haushalten mit Ökostrom beliefern. Auch eine schöne Nachricht. Bis 2030. Ja, da war es wieder, das bedingungslose Grundeinkommen. Es begegnet uns immer wieder. Ist in jedem Fall, jetzt müssen wir uns mal committen, eine der nächsten Folgen, also zeitnah wird dieses Thema kommen. Unbedingt, ja. Wir können es nicht viel länger mehr herauszögern. Nee, das kommt. Also im neuen Jahr geht es ran an dieses gewaltige Thema. Wir bereiten das für euch auf und dann gucken wir mal, was wir da rausziehen können. Also ich würde mal nochmal einhaken an der Stelle und nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also woher kommt das denn eigentlich bei mir? Also ich habe das, es kam ja nicht von ungefähr. Also ich habe wirklich festgestellt, mag so zwei Jahre zurückliegen, dass familiär viel los war, Krankheitsgeschichten, dann Input in der Firma, du musst die am Laufen halten, sportlich immer was zu tun. Dann da, Mannschaftsführer hatte ich abgegeben, aber immer mit organisiert, Mannschaftskasse gemacht. Dann eben News, Social Media, YouTube, sich irgendwo informieren zu Sachen. Und dann habe ich zu der Zeit ein Buch gelesen, was ich mir hier heute auch nochmal hingelegt habe und was ich gerne empfehlen möchte. Von Rolf Dobelli, der hat ganz viele Bücher geschrieben und auch wirklich, wirklich viele gute Bücher. Da können wir wahrscheinlich in der Zukunft in dem Podcast auch nochmal auf das eine oder andere Werk von ihm darauf eingehen. Heute die Kunst des digitalen Lebens. Das ist der Titel, Untertitel, wie sie auf News verzichten und die Informationsflut meistern. Das habe ich gelesen, ich glaube, es ist so zwei Jahre her, so irgendwie kurz vor Corona. Das hat mich inspiriert und hat zum Beispiel auch bei mir dazu geführt, dass ich, ja, so sage ich mal, sehr, 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 sehr wenig und sehr, sehr ausgewählt News konsumiere. Oder eben auch sage, es gibt Zeiten, da bin ich nicht auf Instagram, da ist die App weg. Oder da bin ich nicht auf Facebook, da ist die App weg. So, nicht immer, nicht dauerhaft und es gibt immer noch Verbesserungspotenzial, aber ich habe einfach so für mich gemerkt, ohne dass das jetzt so ein Aha-Effekt an einem Tag war, sondern so schleichend. Scheiße, das ist manchmal ganz schön viel, so alles unter einen Hut zu kriegen. Übrigens an alle Audio-Mäuse, ihr hört ja auch diesen Podcast auf den Ohren. Irgendwann habe ich mir mal so ein Abo bei Audible geholt. Da gibt es das Buch von dem Dobelli, mit Sicherheit auch als Hörbuch, falls der eine oder andere das lieber hört. Der Dobelli hat noch andere sehr gute Bücher geschrieben. Mir fällt es gerade nicht ein, liefere ich gerne noch mal nach. Auch zum Thema Finanzen hat er einiges geschrieben. Ja, sehr viel. Der ist auch in unterschiedlichen Themenbereichen unterwegs und der schreibt, ich weiß nicht genau, wann er damit angefangen hat, in welchem Jahr, aber so alt ist das Buch nicht, weil es geht bei ihm auch schon viel um Social Media und also nicht mehr News in der Zeitung lesen, sondern schon digital. Er hat sich von seiner Frau inspirieren lassen, die damit schon viel, viel früher aufgehört hat, also aufgehört hat, überhaupt News zu konsumieren. Und er, gut, ich kenne jetzt nicht persönlich, aber schreibt zumindest in diesem Buch, dass er das auch nicht mehr macht. Und er sagt, Quintessenz, du kriegst trotzdem alles Wichtige im Leben mit. Ich würde gerne mal einen Test machen. Ja. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, welche Gewohnheiten ich habe und welche du vielleicht hast, wenn das okay ist. Wenn du mich jetzt nicht zu kalt erwischst. Jetzt so ein ganz normaler Tagesablauf, irgendwie an einem Dienstag. So irgendwann klingelt der Wecker, aufstehen, keine Ahnung. Wann hast du das erste Mal ein elektronisches Gerät in der Hand? Vorzugsweise das Handy ist es ja. Also wie lange nach dem Aufwachen dauert es, bis du das Ding das erste Mal in der Hand hast? Null Sekunden. Wecker. Okay, klickst du nur den Wecker weg oder machst du dann auch direkt hier einmal die App Safari? Nee, ich bin so ein Snoozer. Also so halb wach sein. Und das irgendwie für 10 bis 50 Minuten. Ja, also je nachdem. Und dann, ja doch, aber dann kommt schon relativ früh auch mal der erste Griff zum Handy. Aber keine News. Eher, das haben wir auch schon mal behandelt, meine Vorerkrankung. Eher die Finanzen durchscrollen. Ja, tatsächlich. Ja. Ich mache beides. Also ich, mittlerweile haben wir die Regel, dass wir im Schlafzimmer kein Handy mehr haben. Das bedeutet, ich lege das Ding mit Wecker gestellt in die Küche. Oh Gott. Meistens ist meine Frau eh ein paar Minuten vor mir wach. Die begrüße an der Stelle. Das heißt, ich, dann klängelt der Wecker, ich laufe in die Küche, bin quasi wach und erwische mich dann dabei, dass ich mir nochmal 10 Minuten hinlege und habe das Ding dann in der Hand. So, manchmal ist das einfach nur Wecker ausstellen und ein bisschen, keine Ahnung, gibt es schon eine E-Mail oder ist irgendwas, ich gucke dann auch die Finanzen irgendwie mal durch. Das sind locker zwei, drei, vier Apps. Dann kommt irgendwie Handelsblatt, die Website. Genau, welche News-Apps nutzt du denn oder hast du denn? Ich habe Handelsblatt, das ist keine App, das ist eine Website. NTV als App, weil die ist relativ free, also Handelsblatt musst du fast alles bezahlen, aber manchmal reicht mir auch so der Morning Briefing Artikel oder so, den kannst du glaube ich komplett lesen. Ja und dann tatsächlich auch mal Facebook, auch mal Good News, also wenn es welche gibt. Und irgendwie verbringt man dann doch mal 15, 20, manchmal sogar 30 Minuten mit diesem Ding. Bevor es dann Richtung so Frühstück, Duschen, Zähneputzen und so weiter. Ich würde mir das gerne eigentlich komplett schenken. Es ist nur eine Gewohnheit, die sich so eingeschlichen hat. Und tagsüber habe ich das auch bestimmt noch dreimal, viermal, dass ich den Prozess nochmal mache. Also dann nochmal Konten, Finanzen, Depot, Handelsblatt, NTV, irgendwas, Breaking News. Guck mal bei Focus Online, bei Facebook, da steht immer Eilmeldung. Egal welcher Artikel, steht immer Eilmeldung. Stimmt, hast du mir vor zwei Tagen erst noch wieder gezeigt. Paprika wird teurer, Eilmeldung. Stimmt, das waren die Preise für 2022. Ob Benzin noch teurer wird oder nicht. Wird es ja jetzt irgendwie nochmal, guck. Das ist genau das, was du sagst. Akzent oder so. Und was genau das, was auch in dem Buch, ich glaube zwei Kapitel sogar einnimmt. News sind unnütz oder wie heißt das? Unwichtig. News sind unwichtig. Also auf mich trifft das jetzt nicht zu. Vielleicht auf viele mittlerweile auch nicht. Weil ich weiß gar nicht, ob jetzt auch jüngere Leute als wir, sagen wir mal deutlich jüngere, so viel News konsumieren. Hier schreibt er in dem Buch, der Rolf Dobelli, 20.000 News pro Jahr oder in zwölf Monaten. Kurznachrichten, sowas wie auf NTV etc. Oder eben vielleicht auch mal die Tagesschau oder was weiß ich. Konsumiert man im Durchschnitt, das sollen sein, 60 pro Tag. Ich habe das gerade im Kopf nicht nachgerechnet. Aber ja, es kommt ungefähr hin. 60 mal 365 passt. Wenn dem so wäre oder vielleicht ist es bei dir so fast, wenn du alles so zusammenzählst. Stimmt. Welche News in den letzten zwölf Monaten hat denn dein Leben verändert? Oder hat dich zu einer Entscheidung geführt, die dein Leben verändert hat? Ja, man bildet sich ja ein, dass man bei der einen oder anderen hitzigen Diskussion dann eher Bescheid weiß, in Anführungsstrichen, was gerade abgeht. So Politik, Wirtschaft und weltweit und Corona. Also gerade Corona ist ja seit zwei Jahren gefühlt jeden Tag die News. Weiß ich, guckst du Tagesschau? Hin und wieder. Aber sehr, sehr unregelmäßig. Ich habe mich zum Beispiel, es gibt zum Beispiel Momente oder Zeiten, da mache ich es wirklich bewusst und da konsumiere ich es dann auch bewusst. Zum Beispiel in Vorbereitung auf die Bundestagswahlen. So, da haben wir uns hier im Büro ja auch mit den Parteien beschäftigt, mit dem Parteiprogramm. Jeder hat sozusagen eine Partei bekommen und hat sich da ins Parteiprogramm eingearbeitet. Und es gibt auch immer Momente, wo ich sage, jetzt finde ich das wichtig, sich da auch mal zu informieren. Aber ist aber eine aktive Entscheidung und nicht so ein unterschwelliges Konsumieren. Nee, ist eine aktive Entscheidung. Was ich mache, da komme ich gleich auch noch zu. Da kann man vielleicht drüber streiten, ob das dann auch irgendwie so News konsumierend ist. Aber das ist, ja, kommen wir gleich zu. So, aber dieses Routinemäßige oder dieses feste Ablauf oder feste Apps gibt es bei mir nicht. Und ich kann es ja nicht beurteilen, weil ich kann es nur aus meiner Sichtweise beurteilen. Mir fehlt da nichts. Mir fehlt da überhaupt nichts. Das glaube ich. Und es gibt ja auch durchaus Möglichkeiten, oder das ist ja auch das, was in dem Buch Die Kunst des digitalen Lebens gesagt wird, was Rolf Dobelli sagt. Das Wichtigste kriegst du schon mit. Unweigerlich. Und selbst wenn du nur Teil, eher passiverer Teil der Diskussion bist. Und dann vielleicht gezielt mal sagst, okay, dazu informiere ich mich jetzt auch mal ein bisschen. Da lese ich mich auch mal ein bisschen ein. Also Corona brauche ich nicht lesen. Brauche ich nicht, weil ich brauche nur zu mir nach Hause fahren, zu meiner Mutter und meinem Bruder. Da weißt du schon Bescheid. Weiß Bescheid. Brauche ich nicht. Also muss ich mich nur zehn Minuten ins Wohnzimmer setzen und dann ist das Thema abgehandelt. Ich würde für unsere Zuhörer gerne mal ein Bild zeichnen, zumindest verbal. Und zwar was die Datenmenge auf diesem Planeten angeht. Und zwar von 2013, was erst acht Jahre her ist, bis 2020. Und zwar hattest du 2013 eine Datenmenge von 230 Exabyte auf der ganzen Welt. Klingt wenig. Würde man diese Daten auf Tablets speichern, die jeweils 128 Gigabyte Speicher haben. Jetzt wird es bildlicher. Und diese stapeln. So wäre der Turm 13.000 Kilometer hoch. Das ist hoch. Das ist 2013. In 2020 wäre dieser Turm bereits 63.000 Kilometer hoch. Das Smartphone wurde 2007 oder 2006 entwickelt, verkauft. Die breite Masse wurde dann erreicht. Wir sprechen jetzt nicht von 1950 bis heute, sondern die letzten acht Jahre. Da gab es das Smartphone schon lange. Also nur damit wir mal ins Verhältnis setzen. Wir haben nur ein Gehirn und sind mit dieser Datenmenge konfrontiert. Was News angeht und Konsummöglichkeiten noch und nöcher. Deswegen haben wir die Folge genannt, bringt euer Gehirn in Sicherheit. Überlegt euch Taktiken, wie ihr euch in Anführungsstrichen davor schützt, dass diese ganzen Infos eure Festplatte blockieren. Ich glaube es auch. Also jeder muss ein Stück weit seinen eigenen Weg finden. Wenn du jetzt, Henrik, an den Punkt kommst, sagst, also A, du glaubst mir das, dass ich da jetzt nicht so ein Problem mit habe im Alltag oder so. Und wenn es so wäre, dann würde es auch wahrscheinlich schon stark auffallen. Und du sagst, hätte ich manchmal auch gern. Musst du einen individuellen Weg für dich finden, wie du das änderst. Also App runterschmeißen. Ich habe ja ein paar Tage Urlaub jetzt zwischen den Feiertagen und Co. Ich würde mir jetzt mal vornehmen, keinen Wecker zu stellen. Das ist gut, schon mal. Ich habe so einen zweieinhalbjährigen Wecker, der wird das eh schon erledigen. Das heißt, ich würde mal versuchen, bis zum Frühstück oder bis nach dem Frühstück mindestens, das Ding einfach nie in die Hand zu nehmen. Ich mache es vielleicht einfach sogar aus am Tag vorher. Weil dann musst du morgens anmachen und Code eingeben. Und das wäre jetzt mein To-Do. Ich werde im Januar berichten, wie das war. Nachrichten in Form von WhatsApp, Push-Mitteilung und so weiter. Das hast du ausgeschaltet. Um Gottes Willen. Da bin ich tatsächlich seit zwei, drei Jahren schon von weg. Auf meinem Schwerbildschirm. Da sind wir d'accord. Also außer Anrufe kriege ich auf meinem, also mein Handy vibriert auch nicht bei irgendwas. Und da bin ich auch ganz dankbar für, weil das würde meine Aufmerksamkeit jedes Mal wieder teilen. Guck mal, das ist auch damit einhergegangen. Mit dieser Phase, die ich vorhin mal beschrieben habe, wo ich so schleichend gemerkt habe, mir geht das einfach, ich sage es jetzt mal so, teilweise so dermaßen auf den Sack. Weil du kannst ja dieses kleine Gerät, diesen kleinen Supercomputer in der Tasche, du kannst ihn ja 24 Stunden, Schlaf abgezogen, also sagen wir 18 Stunden, 17 Stunden, in der Hand haben und dir wird wahrscheinlich nicht langweilig. Genau, das ist auch das Gefährliche, denke ich. Aber ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, boah, ich habe jetzt keine Lust, mich mit den Leuten zu treffen, weil irgendwie, genau, mein Gehirn war nicht in Sicherheit, ich war irgendwie vom Tag geplättelt, Arbeit, mit diesem Ding viel rumhantiert und das war so, das kann es nicht sein. Das kann es irgendwie nicht sein. Weil das ist mir persönlich eigentlich immer wichtiger gewesen. Du bist halt auch fremdbestimmt, wenn du das Ding in der Hand hast und kommst durch eine YouTube-Schleife zur nächsten. Ja. Also wo mich mein Interesse für irgendwelche Kochvideos, in was für Abgründe von YouTube-Schleifen mich das schon geführt hat. Das ist mein Schwachpunkt. Das ist genau der, den ich vorhin meinte, als ich sagte, ja, da kommen wir vielleicht noch zu. Ich glaube, YouTube ist die meistgeklickteste App bei mir. Ich befürchte es. Die haben gestern gerade die eine Trillionen Billiarde Klicks oder eine Billion. Also eine unfassbare Zahl. Also weil da gucke ich aber auch viel, ich sage mal dann, also ich gucke da auch mal einen Podcast. Zum Beispiel hier Hazel Brugger oder so. Die nimmt sie nämlich auf. Ja. Sehr guter Podcast. Oder Lanz-Sendungen, wenn ich sie verpasst habe, weil ich sie jetzt nicht irgendwie im Öffentlichen da geguckt habe, dann gucke ich Ausschnitte davon an. Oder wenn ich mal eine besondere Person sehen möchte, was die zu dem und dem Thema sagt, da ist YouTube das Medium, was ich nutze. So. Und auch Informationsmedium. Du hast aber auch so nach dem Sinne kein lineares Fernsehen, richtig? Nee, ich habe nur die Öffentlich-Rechtlichen. Also RTL kann ich nicht. Das heißt jetzt nicht, dass du hier ein zu geringes Gehalt beziehst, dass du dir das nicht leisten könntest, sondern auch das war eine aktive Entscheidung, dass du das nicht hast. Weil ich habe ja 2015 meine heute selbstgenutzte Wohnung gekauft und der Voreigentümer hatte irgendwie vergessen, Fernsehen abzubestellen. Und einfach übers Kabel hinten reingedockt, hatten wir halt, weiß ich nicht, fünf Monate noch normales Fernsehen. Und irgendwann war es weg. Und dann kam halt auch zwei Wochen später oder so, kam eine von Kabel Deutschland an die Tür. Ist ja eigentlich mega geil, ne? Ja. Und dachte, ja, hier, ihr Fernsehen ist ja weg. Und sie haben auch schon die ganze Zeit auf Kosten anderer geguckt. Da habe ich das erstmal überhaupt realisiert. So, ich denke, hä? Ja gut, stimmt, ich habe nie was bezahlt. So, und es war dann weg. Mich hat es nicht gestört. Meine Freundin ein bisschen mehr. So, und dann kam die. Und dann habe ich erstmal gut Klassiker so abgewimmelt. Nee, jetzt keine Lust und keine Zeit. Und dann war zwei, dreimal so die Debatte zu Hause. Ich sage eigentlich, weiß ich nicht. Es war damals schon Streaming, wenn so. Also nicht linear, sondern so on demand, ne? Also wenn man es gucken möchte. Und ja, mein Gott, ich bin ja auch viel hier im Büro. Und dann bin ich beim Sport oder treffe mich mit Leuten. Also es ist auch selten der Fall, dass ich um 20 Uhr zu Hause bin oder 20 Uhr 15 und jetzt sage, jetzt aber mal hier schön die Serie gucken oder Nachrichten oder wie auch immer. Das ist nicht so oft der Fall. Und wenn dann auch nach wie vor dann YouTube on demand, das worauf ich Bock habe, worauf ich mich themenmäßig, wofür ich mich themenmäßig interessiere. Nur da muss man halt sich echt selber ein bisschen konditionieren, dass man da nicht ein, zwei Stunden dann in diesen bösen Schleifen hängen bleibt. Können wir so gegen Ende dieser Folge nochmal so auf unser, zumindest auf 50 Prozent unseres Podcast-Titels zu sprechen kommen, nämlich auf das Thema Finanzen. Was das Thema bringt, euer Gehirn in Sicherheit damit zu tun haben kann? Ja, ich würde mal eine, nenne ich das jetzt These, in den Raum stellen. Dafür ist es wahrscheinlich zu lang, was ich gleich wieder erzähle. Also wir haben uns da vorgestern, glaube ich, drüber unterhalten oder gestern hier im Flurfunk. So Einzelaktien kaufen ist ja unter Umständen auch verbunden mit einer aufwendigen Recherche. Wenn du eine Aktie, also wirklich nur ein Unternehmen aussuchst und da Anteile erwerben möchtest, solltest du im Optimalfall schon eine fundierte Recherche machen, um sagen zu können, ja, das Unternehmen, das wird sich lohnen, mittel- bis langfristig dort zu investieren. So, dann hast du das für ein Unternehmen gemacht, von vielleicht einer Branche, in der dieses Unternehmen tätig ist. Hast du die anderen 390 Unternehmen dieser Branche noch gar nicht beleuchtet? Das ist es, ne? Welche Rolle nimmt das Unternehmen ein in der Branche? Also machst du dann das auch für die anderen 390, um wirklich zu bewerten? Ist es jetzt genau das, was du kaufen solltest? Oder, und das ist so die überspitzte These, weil ich eben auch immer mit dem Blick so ein bisschen ins eigene Depot, ich habe gerade wieder ein, zwei Aktien, die laufen nicht so gut. Hast du einen Tipp? Habe ich aber nicht, habe ich aber lang recherchiert. Hast du einen Tipp zum Geldversinken? Nee. Und dann habe ich halt ETFs, die ich bespare einfach nur, ja, auch nach Branche ausgewählt, aber auch MSCI World als Basis, laufen gut oder laufen besser. Und ich habe so das Bauchgefühl, ich brauche mich da auch nicht so viel kümmern, weil, gut, die bilden da halt was ab, was irgendwie schon mal einen gewissen Korridor an Unternehmen, an Sektoren berücksichtigt. Und da kann mir auch so, ja, Gehirn in Sicherheit bringen. Also klar, man kann vielleicht mit einer einzelnen Aktie, wenn man die richtige auswählt, zu einem guten Zeitpunkt mehr rausholen. Aber es ist und bleibt eben auch riskanter und wahrscheinlich auch mit mehr Eigenrecherche verbunden. Bevor ich noch eine abschließende Frage stelle in diese Richtung. Ich wäre dafür, oder das setze ich auch für mich so um, ich versuche das zumindest, dass ich die wesentlichen Punkte meines Vermögens aufbaue. Und ich glaube, darauf wolltest du auch drauf hinaus. Also was ich quasi einmal aufsetze, wo ich da nicht jeden Tag oder jeden dritten Tag reingucken muss, läuft das noch. Also ich muss mir im Klaren sein, dass ich einen gewissen Betrag im Monat wegpacke. Das ist, auch wenn das so langweilig klingt, der größte Hebel, den ihr habt. Also ob das 50 oder 200 oder bei dem einen oder anderen auch vierstellige Beträge sind, die man monatlich wegpackt, dann ist das erstmal für die nächsten Jahre der größte Hebel, den es gibt. Bevor man jetzt überlegt, ob man 5% oder 8% oder von mir aus 16% im Jahr mit irgendwelchen Einzelaktien macht. Das stimmt, das ist vollkommen korrekt, ja. Ist der größte Hebel und der passivste Hebel der monatliche Sparvorgang. Also macht euch Gedanken. Seid ihr schon an dem Punkt, dass ihr das spart, was ihr sparen wollt? Wenn nicht, dann setzt euch jetzt aktiv an den Computer oder geht an den Terminal, stellt euren monatlichen Sparbeitrag ein in das Depot oder in die Aktien oder Fonds, die ihr wollt oder ruft euren Berater an, wie auch immer. Genau, ich wollte gerade sagen, oder fragt uns. Fragt uns. Ihr dürft auch uns fragen. Da können wir neben der Tonspur auch noch einiges an Gesprächen mal vertiefen, sehr gerne. Henrik hat bessere Aktien-Tipps, ich bessere ETF-Tipps. Den Vergleich, den können wir dann ja nochmal ziehen. Ansonsten wollte ich eben noch fragen, das wäre jetzt auch nochmal ein philosophischer Abschluss. Wenn ich mein Gehirn vor all diesen News und Co. in Sicherheit gebracht habe, wofür nutze ich denn dann die Zeit? Was sind denn die wichtigen Dinge, die zu kurz kommen, wenn ich mich diesen News und so aussetze? Für mich zwischenmenschliche Beziehung. Genau. Steht ganz oben. Familie. Familie, Freunde, Freundin, Lebensgefährtin, Frau. So. Das steht ganz oben. Und dann Hobbys hoffentlich auch. Ja. Sport, Musik, Kunst. Ich würde gerne mal in die Hamburger Kunsthalle. Ich weiß nicht, wieso. Doch, ich weiß wieso. Wegen Markus Lanz. Wir hören eindeutig den gleichen Podcast. Ja, der hat davon sehr geschwärmt. Weil es einen auch so runterbringt, gerade in so einer rauen, schnellen Welt. Ja, genau. Also mal in so eine Kunsthalle und sich mal berieseln lassen. Das ist ja auch das Phänomen. Ich kenne so viel von Hamburg eigentlich noch gar nicht, obwohl ich seit jeher hier lebe. Und man besucht die Großstadt und das Land und den Ort und die Sehenswürdigkeit. Ja. Und auch Museen ohne Ende. Aber ja, können wir gerne mal machen. Ja. Gucken wir als Betriebsausflug machen. Genau. Kommt Marlon und Janine auch mit, ob sie wollen oder nicht. Genau. Ob sie wollen und nicht. Wollen wir es dabei erstmal belassen oder haben wir noch einen Gedanken zum Schluss? Hast du noch was? Ich muss mein Gehirn in Sicherheit bringen jetzt. Ja, das machen wir jetzt. Ja, gefühlt kann man sich auch darüber noch wieder stundenlang austauschen. Wem das hier nicht tief genug ging oder wer da noch einen Ansatz hat oder eine Facette, die wir hier nicht beleuchtet haben, sagt uns Bescheid auf irgendeinem Kanal. Ich sage nochmal podcast at gr-finanzen.de steht auch wieder in der Beschreibung. Also, wenn es irgendwelches Feedback gibt oder Anregungen, immer raus damit. Genau. Füllt ordentlich unser Postfach. Ja. Wir freuen uns da drauf und nehmen auch gerne nach wie vor einen Themenwunsch haben wir. Den schieben wir aber auch noch vor uns her. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Aber wir nehmen natürlich auch sehr gerne weitere, andere Themenwünsche von euch entgegen. Also, scheut euch da nicht. Bei vielen anderen Podcasts ist das, glaube ich, gerade bei den Bekannteren schwerer möglich, da die Themenauswahl zu beeinflussen. Aber hier dürft ihr das gerne. Ihr seid herzlich eingeladen. In diesem Sinne wünschen wir euch nicht nur ein entspanntes Wochenende mit einem sicheren Gehirn. Ist ja schon wieder Freitag, wie Marlon sagen würde. Ja, genau. Aufnahme ist übrigens wieder am Donnerstag. Also fast live. Ich glaube, das wissen mittlerweile alle, dass wir immer am Donnerstag aufnehmen. Einen Tag vorher. Aber es ist ja am Freitag. Also, es ist gefühlt... Wir wollen ja sehr aktuell sein. Gefühltes Freitag. Hier also, ja, guten Start ins Wochenende, ins vierte Adventswochenende. Genau. Viertes Kerzlein am... S1, dann zwei, dann drei, dann vier. Genau. Dann steht Weihnachten vor der Tür. Und wenn die fünfte Kerze brennt, hast du Weihnachten verpänt. Genau. Also, verbringt schöne Tage mit euren Lieben. Kocht was Leckeres. Schickt mir eine Portion, bitte. Adresse auch in die Schoen-Notes. Mir nicht, ich muss abnehmen. Dann schickt mir zwei. Genau. Alles an, Henrik. Und wann sind wir wieder am Start? Ich gucke gerade, Donnerstag, 6. Januar. Wir hören uns am 6. Januar wieder. Bis dahin alles, alles Gute. Bleibt gesund. Nochmal der Wunsch für uns alle. Rutscht gut ins neue Jahr 2022. Dann bis im neuen Jahr. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.